Als Kreuzfahrerburg werden Burgen bezeichnet, die im Zusammenhang mit den Kreuzzügen ins Heilige Land von Kreuzfahrern errichtet oder besetzt wurden. Charakteristisch für Kreuzfahrerburgen ist die sogenannte Kreuzfahrerarchitektur, eine Mischung aus europäischem, byzantinischem, armenischem und arabischem Stil. Diese Burgen erlebten nahezu alle eine wechselvolle Geschichte von Belagerungen, Eroberungen und Rückeroberungen. Oft innerhalb weniger Jahre oder Jahrzehnte, ständiger Wiederaufbau durch die jeweils anderen Beherrscher führte zu einer Vermischung der Baustile. Die Burgen, die als Kreuzfahrerburgen bezeichnet werden, befinden sich zumeist im heutigen Syrien, an der kleinasiatischen und levantinischen Mittelmeerküste oder im nahen Hinterland. Die Burgen im Heiligen Land haben auch den Baustil in Europa beeinflusst. Beispiele sind die eduortischen Burgen in Valis, Vizielion oder Hallech, sowie Chateau-Galliat in Frankreich, Auswahl von Kreuzfahrerburgen. Vielen Dank. Vielen Dank.